ja meine freunde was geht ab korrekt schon tv mit bayer shark the collector's edition wir sind jetzt beim achten teil und schöne grüße an sorico das mache ich so lange ein bisschen wir nämlich auf den geist geben mit meinen videos so wir gehen jetzt folgendermaßen wir sind jetzt und hier sind wo etwas anderes ist wo wir sein hätte können nein ok mit der chamber mit der chamber ist nicht in der grunde hier ich habe wieder schon bei fotografieren Das war's für heute. Das war's für heute. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfes werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Mehr als das, mein Freund. Ich muss nur gucken, dass irgendwo einer ist oder sowas. Oh Gott, da ist doch jemand! Oh, ich hab 500 Dollar. Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Oh Gott, bitte! Hilf mir doch jemand! Oh Gott, noch mal ist da jemand! Oh Süße, ich bin sowas von aufgespleist. Davon magst du nicht mehr zu treu. Komm hierher. Was für einen Abend ich vorbereitet hab. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein, sogar zwei Karten für den Teagarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thriftycare vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teagarten. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewürgten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirt gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Ich gucke erst mal hier, ob irgendwo eine Kamera ist, bevor ich das irgendwie mache. Was ist mit ihm da oben los? Ich gucke erst mal hier. Hallo Schnuppel! Ich hasse diese Affen. Ich hätte dich elektrisieren sollen, mein Freund. Portemonnaie ist voll. Das heißt, ich kann 500 tragen. Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Ich habe die Pistacat. 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 Ah! Ja, das ist ja gut, aber... Okay, wenn ich nur das so treffen kann, gibt es hier noch etwas Besonderes. So hat er mich ein bisschen verarscht mit da oben. Okay. 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 Was ist das? Ah, kleiner Penner! Schmerz, du Ländler! Scheiße, die Rode! Achtung! Schmerz! Scheiße! Das hier möchte ich haben, du Arsch. Das. So, mal eins, falls ja mal sein sollte. Das hängen wir jetzt mal nochmal noch. So. So. Willkommen im Zirkus der Werte. Ich hab eh schon fast alles. Was ist das für einer? Hm. Ich geh jetzt mal Leben wieder dazu, wie's aussieht. Gibt's hier irgendetwas noch? Nö. Ich weiß nicht mal, wo man was herstellen kann an welchen Untermaten eigentlich. Raus aus meinem Revier! Ich hab jetzt nicht ganz so verstanden. Hm. Ja, gut. Okay. 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 Oh Gott, ich habe eine Katze. Nein, Gott. Ich hab' die ganze Scheiße noch verstanden. Ich hab' da unbedingt los, die ganze Scheiße noch verstanden. Dann machen wir mal wieder schön zu, dass auch keiner reinglotzen kann. So, dann gehen wir mal weiter jetzt. Jetzt sind wir mal Zeit. Ich hab' da nicht mehr 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 Zeit. Ich bin glücklich. Endlich glücklich. Also bliblos. herum was. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Abfahrt nicht mehr. Es gibt es nur da. Um R zuents subsumen Wenn würde – Operations ist genug. Das gehört nicht mehr. Was ist das? Das war's für heute. Aber gut, wenn ich das einmal herstellen kann. Ich glaube, einmal muss man ja was herstellen. Ah, okay. Na gut, dann ist es wahr. Ach, erstklassige Äpfel. Ich habe erstklassige Äpfel gelesen. Ist das da auch etwas? Ich habe erstklassige Äpfel gelesen. 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 Die Menschen treffen Entscheidungen, aber am Ende sind es unsere Entscheidungen. Nur durch Hack, nur durch Hack. Brauche ich sowieso nicht mehr die Kameras. Über die Patronen wahrscheinlich. Ich kann nicht meine normale Position für die Waffe holen. Wer ist... Wer ist Atlas? Naja, ich glaube zumindest ein guter aussehender Kerl, aber... Das war halt wieder scheiße von mir. Das ist ja leise. Ich kann sowieso nichts... Das wäre durch Hack nicht, glaube ich, anderes als Dings. Ein bisschen sekundalistische Schalott in der Hose. Wauw. Ich habe geschworen, niemandem zu... Ich kann den Scheiß nicht hacken. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Deshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann? Und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Du wirst deinen Besuch noch bereuen. Denk an meine Leute. Oh dan. Nein, Benni! Nein! 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 Man kann sich wirklich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Vielen Dank! Vielen herzlichen Dank! Ich muss jetzt in die Hire, Mr. Bubbles. Ein neues Tonika-Safe-Knacker. Das gucken wir danach, was es ist. Das ist ein neues Tonika-Safe-Knacker. Das ist ein neues Tonika-Safe-Knacker. Ist jetzt, wenn man es sicher nicht erkundet, nicht wirklich sicher, wo was geben könnte, ne? Und da waren wir ja. Von daher sind wir ja außen rum gegangen, alles andere, bla bla bla. Gut. Gut, hier waren wir. Weiter-Messer! Ich steh überhaupt hier. Danke für den Besuch! Ich steh´ über die Basel! Das war's für mich. Jetzt habe ich hier kurz meine Ruhe. Und da ist hier irgend so ein... Wieder eine tote Katze. Na klar, wahrscheinlich. Wo könnte jetzt da was Besonderes liegen? Hahaha, ne? Aber wie ich gerade sehe, machen wir hier kurz einen Schnittrann und sehen uns dann sofort im nächsten Part, meine Freunde. Also bis gleich.